Herrliche Pferde, was? Ich glaube, ich weiß, wer sich dafür heute Nacht einquartiert hat. Wen verfolgen wir eigentlich jetzt? Frauen oder Rebellen? Das eine schließt das andere nicht aus. Schau, ich möchte doch gern wissen, was Montserrand hier eigentlich macht. Eine gute Frage. Schau, ich weiß nicht. Besorge ein Seil. Ja. Euer Onkel ist ein Schwein. Mein Vater hat das schon vor vielen Jahren gesagt. Tja, nur ein Schwein ist ehrlich. Es frisst und frisst. Und zu welchem Zweck? Um geschlachtet und selbst gefressen zu werden. Er dagegen? Ja gut, los, mach schon. Ja gut, los, mach schon.